Hi, ich bin Ira. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals habt, dann könnt ihr hier natürlich kostenlos abonnieren und nicht vergessen, für den Algorithmus ein Kommentar bzw. Gefällt mir da zu lassen. Ich bin schon prepared für das, was ich gleich vorhabe. Ich werde nämlich ein paar Produkte testen. Das werde ich aber nicht als heute machen. Ich werde mich allerdings aber filmen, wie ich sie immer peu a peu teste und werde es euch dann einblenden. Es geht um die Marke, ich weiß nicht, ob man es Belavia ausspricht, wie auch immer, was mir einige von euch vorgeschlagen haben. Ich persönlich kannte die Marke vorher nicht. Ich habe euch ja schon häufiger mal gefragt, welche Marken ihr gerne mal von mir reviewed haben möchtet und da ist der Name Belavia, Belavia, was auch immer, sehr häufig gefallen. Deswegen habe ich mir da mal einige Produkte dieser Marke bestellt. Ich habe Gesichtsprodukte bestellt. Das muss ich allerdings in mehrere Videos splitten, weil es nicht alles hier in dieses eine Video passt. Ihr könnt euch also freuen. Es gibt noch ein paar andere Videos dann demnächst. Und ich habe Haarprodukte bestellt. Da gibt es dann auch nochmal ein extra Video. Und in diesem Video, in dem ersten Video, geht es hauptsächlich um Produkte der, ich nenne es jetzt einfach mal Jasmin-Reihe. Also es gibt verschiedene Geruchstypen. Also habe ich es jetzt einfach mal unterteilt in Jasmin und Vanilla. Es sind aber auch noch ein paar andere Produkte dabei, die dieser Geruchsgruppe nicht entsprechen. Ihr werdet sehen. Ihr könnt natürlich auch gerne jederzeit euer Feedback dalassen. Gerne könnt ihr mir auch weitere Marken vorschlagen. Aber ich lege jetzt erstmal los. Das Jasmin Face Mousse. Ich komme gerade aus der Badewanne. Meine Nägel muss ich jetzt unbedingt machen. Die sehen furchtbar aus. Das habe ich gerade schon verwendet. Aber erstmal schauen wir, was es kostet. Also da sind 150 Milliliter enthalten. Das kostet 29,90 Euro. Schon echt ein Hammer, ne? Die zart schäubende Textur reinigt die Haut von Schmutz und Öl. Reinigt die Poren, ohne die Haut zu reizen oder auszutrocknen. Umhüllt die Haut mit einem femininen, blumigen Duft. Also das mit dem Feminin hätte man sich auch sparen können in der heutigen Zeit. Das hat nicht mehr so angesagt, ne? Diese feine und dennoch wirksame Face Mousse dehnt sich aus, um die Poren tief zu reinigen und die Haut zu erfrischen, ohne sie zu reizen oder auszutrocknen. Betain stellt die Hautstruktur wieder her, während Niaciamide gegen fettige Haut und vergrößerte Poren wirkt. Eine Kombination aus Pfingstrosen, Kamelien und Geranienblütenextrakten ist reich an Vitaminen und Antioxidantien, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, reinigen und glätten sowie frühe Zeichen der Hautalterung bekämpfen. Ganz zu schweige von diesem schäumenden Gesichtsmus, das deine Haut frisch, feminin und leicht blumig riechen lässt. Ja, feminin. Feminin muss es sein. Formuliert für alle Hauttypen, empfohlen für trockene und empfindliche Haut. Zutaten. Zutaten. Das klingt so nach Nahrungsmittel, ist es aber nicht. Also Inhaltsstoffe hätte ich besser gefunden, aber das ist... Also es sind keine Parabene oder Silikone drin. Das ist übrigens bei der ganzen Marke nicht drin. Steht ja auch hier auf deren Seite ganz groß. Auch werben sie damit, dass... Natürliche Wirkstoffe die Regel und nicht die Ausnahme sind. Ja, die Inhaltsstoffe sind in Ordnung. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht. Also im Grunde ziemlich unspektakulär. Also einfach ein weißes Mousse, was man dann einfach schön auf der Haut verteilen kann. Ich finde den Geruch sehr... Also so erstmal sehr neutral. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es dann auf der Haut hatte, hat mich das irgendwie an Putzmittel erinnert. Also ich glaube, ich habe einen Toilettenreiniger, der ähnlich riecht. Vielleicht habe ich einfach nur einen sehr wohl riechenden Toilettenreiniger. Aber irgendwie erinnert mich das an Putzmittel. Ich habe den, wie gesagt, gerade in der Badewanne schon verwendet. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier bei meinen Augenlidern ist die Haut total gerötet. Hier habe ich das häufiger mal, wenn ich starke Reinigungsprodukte verwende, dass es dann brennt. Das ist jetzt hier gerade auch der Fall. Und hier fühlt sich meine Haut total trocken an und spannt. Und hier in diesem ganzen Bereich. Also dass das für sensible Haut gedacht ist, kann ich nicht glauben. Machen wir mal weiter mit der Eye Cream. Da gibt es auch verschiedene. In diesem Video stelle ich euch diese Jasmin Eye Cream vor. So auch wieder dieses wunderschöne, feminine, rosa Blümchen Design. Also ich glaube, in der heutigen Zeit kann man sich das eigentlich sparen. Das ist so ein bisschen altbacken. So, ha, Mädchen, rosa, feminin. Das sind 15 Milliliter. Und die kostet 30 Euro. Also 29,90 Euro. Glättet und pflegt, um Zeichen der Hautalterung vorzubeugen. Leichte, schnell einziehende Textur, welche der empfindlichen Augenpartie Feuchtigkeit spendet, reduziert Schwellungen und Augenränge. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Oder natürliche Öle, die die Haut weich und geschmeidig halten, werden rund um die Augen erste Zeit Zeichen der Hautalterung sichtbar. Deshalb ist es wichtig, die empfindliche Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Die Jasmina Eye Cream enthält keine fettigen Rückstände. Eine gute Wahl, um die Creme unter dem Make-up aufzutragen. Sie ist eine federleichte Creme, die schnell in die Haut einzieht. Die Haut glättet, strafft und dabei hilft, feine Linien zu bekämpfen. Die Kombination aus Avocado-Oliven und Brokkolisamenöl pflegt die Haut, ohne Reizungen zu verursachen. Die Zugabe von Mango-Butter fördert die Elastizität der Haut, glättet und strafft die Tränensäcke und wirkt Schwellungen entgegen. Besonders wirksam bei trockener und empfindlicher Haut. 30 Euro, boah, wenn die mich jetzt nicht gleich 50 Jahre jünger aussehen lässt, dann weiß ich auch nicht. Dieser Applikator hier erinnert mich an Lippenprodukte. Lippenbalm. Also das Produkt ist weiß. Ich kann gerade irgendwie gar keinen Geruch wahrnehmen. Okay, es ist jetzt natürlich viel zu viel. Ich glaube, es riecht einfach nur sehr leicht, dass ich es gerade nicht wahrnehmen kann, weil ich immer noch diesen Geruch von diesem Mousse in der Nase habe. Lassen wir es mal ganz kurz einziehen. Ich habe die Befürchtung, dass es hier in diesem Bereich brennt, aber das tut es... Ich merke schon, dass die Haut gereizt ist, aber es brennt nicht richtig. Aber es ist so die Vorstufe von Brennen. Ich mache es auch mal hier oben. Währenddessen können wir uns mal die Inhaltsstoffe anschauen. Wenn da jetzt Parfum drin ist, bin ich enttäuscht. Weil Parfum hat darin nichts zu suchen. Die Augenpartie ist total empfindlich. Und das wäre nicht in Ordnung. Aqua... Glycerin, Olea, Olivenöl... Inherzide Butter... Das ist auch noch auf Englisch. Aber wir kommen klar. La la la... Ja, Parfum. Okay, tatsächlich ist da Parfum drin. Aber relativ weit hinten. Also die Inhaltsstoffe sind okay. Also es ist jetzt nichts Schädliches in dem Sinne drin. Aber Parfum in der Augencreme muss echt nicht sein. Und so ist noch ein bisschen da. Aber ich glaube, die zieht tatsächlich sehr schnell ein. Naja, es ist immer noch so die Vorstufe von Brennen. Es brennt nicht richtig. Also ich kann jetzt schon sagen, ja, es fühlt sich an, als ob die mit Feuchtigkeit versorgt wird. Also so scheint es in Ordnung zu sein. Ich würde jetzt aber persönlich ein Produkt verwenden, das kein Parfum enthält. Aber so ist es erstmal okay. Jetzt kriege ich auch diesen leichten Jasmin-Geruch. Die Jasmin Day Cream. Auch wieder im Pappkarton. So sieht es aus. Ist das Glas? Nee. Ich glaube, das ist Hartplastik. Ich glaube nicht, dass das Glas ist. Ah, das Produkt ist weiß. Dann ist nur dieser Tiegel eingefärbt. Okay, ich dachte, wir hätten jetzt eine rosa Face Cream. Aber okay. Das sind 50ml. Auch die kostet 29,90 Euro. Kosten die irgendwie alle. Ist das so ein Fixpreis bei denen? Ich habe keine Ahnung. Spendet Feuchtigkeit, pflegt deine Haut und verhilft zu einem strahlenden Aussehen. Macht die Haut prall und geschmeidig. Befeuchtet auch die trockenste Haut, ohne die Poren zu verstopfen. Ja, da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Unsere Jasmin Day Cream besitzt eine sehr seidige Konsistenz. So zieht diese leicht, aber tieffeuchtigkeitsspendende Creme schnell ein und spendet den ganzen Tag Feuchtigkeit. Diese Gesichtscreme ist der Schlüssel zu einer gepolsterten, beruhigten Haut, die frisch und feucht wirkt. Also irgendwie klingt das gerade nicht richtig. Sie enthält ein Gemisch aus natürlichen Ölen und Extrakten, die die Kollagenproduktion fördert und die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, ohne die Poren zu verstopfen. Diese sanfte, leichte Feuchtigkeitscreme ist für die Bedürfnisse aller Hauttypen geeignet, auch für trockene und empfindliche Haut. Wasser, Glycerin, Sheabutter, Avocadoöl, Öle, 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 schon wieder Parfüm. Ja, die Inhaltsstoffe sind irgendwie überall ziemlich ähnlich, sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber okay, die riechen auch irgendwie alle gleich, aber finde ich in Ordnung, ist jetzt nicht unangenehm. Bin ich ja mal sehr gespannt, ob ich da von Pickel bekomme. Oh, die zieht wirklich sehr schnell ein, das merke ich gerade am Hals. Ja, der Geruch gefällt mir schon. Ja, jetzt gucken wir mal, wie lange das anhält und vor allem, ob ich da von Pickel bekomme. Das werden wir dann so die nächsten Tage sehen. Ich habe ja noch einige Produkte, die ich hier testen muss. Muss, klingt so nach Pflicht. Was ich gerade auch schon getestet habe, ist das Lemon Shape oder die Lemon Shape Body Cream, eine Körpercreme, wie man schon vermuten kann. Das sind 150 Milliliter und ihr dürft dreimal raten, was sie kostet. 29,90 Euro, wer hätte das gedacht. Festigende Pflegecreme, parabenfrei und für empfindliche Haut geeignet, erfrischender Zitronenduft. Warum erwähnen die, dass die parabenfrei sind? Ich meine, die ganze Marke ist parabenfrei. Und vor allem, warum schreiben sie es bei dem Produkt, aber bei den anderen nicht? Das finde ich auch irgendwie komisch. Die innovative Struktur befeuchtet, regeneriert und strafft die Haut mit Extrakten aus Tigergras und hilft so, das Wendegewebe zu festigen und das äußere Erscheinungsbild von Cellulite zu mindern. Das ist absolut Quatsch. Keine Creme der Welt kann Cellulite mindern. Wenn ihr Cellulite habt und ihr wollt die mindern, dann macht Muskelaufbautraining, denn das strafft die Haut. Das Fett wird weniger und dann wird das Ganze ein bisschen ebenmäßiger und es ist weniger Platz für Cellulite da. Keine Creme der Welt hilft Cellulite zu mindern. Das enthaltene Tigergras ist für regenerierende und besänftigende Eigenschaften bekannt. Die Bestandteile fördern die Wundheilung und kurbeln die Kollagenproduktion in der Haut an. Neben Tigergras enthält die Bodycreme hochwertige Hyaluronsäure, welche Feuchtigkeitsdefizite ausgleicht und entscheidend dazu beiträgt, dass die Haut straffer und glatter aussieht. Aussieht wohlgemerkt, nicht wird, ist aussieht. Die Lemon Shade Bodycreme ist für alle Hauttypen, auch für empfindliche Haut geeignet. Okay, jetzt geht es ja plötzlich in englischer Sprache weiter. In Addiction, your Lemon Shade Bodycreme smells uniquely pleasant and fresh of lemon, which makes it the perfect holiday companion. Warum jetzt auf einmal in Englisch? Anwendung nach dem Duschen, sanfte Kreise in Bewegung und die Haut einmassieren, täglich wiederholen, bla. Bereits nach der ersten Anwendung hinterlässt die Creme ein seidenweiches Gefühl und einen angenehmen Duft. Für optimale Resultate wird die Creme täglich über einen Zeitraum von 6 bis 10 Wochen auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen. Und ich finde diese Riecht sehr, sehr angenehm. Ich persönlich mag ja Zitronenduft sehr gerne, gerade morgens. So spritzige, frische Gerüche, da komme ich dann immer persönlich sehr gut in die Gänge. Das ist sehr angenehm. Sie lässt sich gut verteilen, ist nicht zu fest, nicht zu flüssig. Das hasse ich, wenn so Bodycremes zu flüssig sind, weil es dann meist irgendwie rumsaut, schropft. Ich bin dann halt auch jemand, ich mache dann immer so, wisst ihr, so den halben Packungsinhalt drauf und dann läuft es halt. Aber das ist gut meine eigene Schuld. Was ich allerdings ein bisschen nervig finde, kennt ihr das, wenn ihr euch mit Sonnencreme eincremt und dann habt ihr überall so einen weißen Schmierfilm, der irgendwie nicht mehr weggeht. Das hat diese Creme auch und der bleibt richtig lange, bis das Produkt dann irgendwann eingezogen ist. Aber das kann echt eine Weile dauern. Und das ist natürlich jetzt gerade im Winter, wenn man sich dann schnell irgendwie was Warmes anziehen möchte, ein bisschen blöd. Von daher, das fand ich jetzt ist ein großer Nachteil. Aber meine Haut fühlt sich tatsächlich, ja, relativ gut an. Der Geruch bleibt. Meine Haut spannt nicht mehr, ist mit Feuchtigkeit versorgt. Also insofern erstmal ganz gut. Ja, die Inhaltsstoffe sind überall sehr ähnlich, aber jetzt nichts, nichts Schreckliches drin. Ja, ich würde mir jetzt persönlich keine Körpercreme für 30 Euro kaufen. Also ich muss nochmal sagen, zu den gestrigen Produkten, die Feuchtigkeitscreme und die Bodycreme. Also meine Haut fühlt sich immer noch, wir haben jetzt den nächsten Tag, meine Haut fühlt sich immer noch total schön und weich an. Und auch mein Gesicht ist nach wie vor mit Feuchtigkeit versorgt. Also von der Wirkung her sind die echt nicht schlecht. Ich habe gerade mein Gesicht gereinigt und brauche jetzt etwas Feuchtigkeit. Ich dachte mir, es ist eigentlich nicht ganz das Richtige, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal aus. Das ist Aloe Vera Face Mist, also ein Feuchtigkeitsspray. Ich habe gerade Fenster auf. 75 Milliliter für 19,90 Euro. Aber warum müssen Kinder eigentlich so nerven? Versorgt die Haut unterwegs mit Feuchtigkeit, beruhigt und halt entzündete Sommerhaut. Ja gut, dafür ist es jetzt ein bisschen spät. Verleiht der Haut ein frisches Finish. Aloe Vera Face Mist spendet durstiger Haut sofort Feuchtigkeit und ist wie ein kühles, erfrischendes Getränk für deine Haut. Aloe Vera ist der Hauptbestandteil dieser Formel, um die Haut zu beruhigen und mit Feuchtigkeit zu versorgen und gleichzeitig einen angenehm beruhigenden Duft zu verleihen. Nur ein paar Spritzer reichen für einen sofortigen, frischen Tint. Zutaten? Aqua Glycerin? Äh, Parfüm? Hä, haben die nicht gesagt, Aloe Vera ist der Hauptbestandteil? Okay, das ist ultra komisch. Hier auf der Webseite steht bei Zutaten nirgendwo Aloe Vera. Und dafür, dass es der Hauptbestandteil sein soll. Und das Witzige ist, hier auf der Verpackung steht es drauf. Aloe Barbadensis Leaf Juice. Noch vor Aqua. Hier steht nur alle Zutaten. Aqua Glycerin. Moment, das unterscheidet sich auch hier. Aloe Barbadensis Leaf Juice. Aqua Methyl Propadeneol. Hier steht Aqua Glycerin Methyl Glucose Seqvesterate. Also eventuell sollte man vielleicht mal überprüfen, was man da schreibt, bevor man es online stellt. Also das ist das schon irgendwie. Das ist... Oh, meine Haut wird richtig rot gerade. Also irgendwie klebt es total. Es riecht auch... Ich weiß nicht, irgendwie so... Hm. Ganz komisch. Also nicht stark, aber... Und ich finde nicht, dass die mit Feuchtigkeit versorgt ist. Großartig. Irgendwie komisches Zeug. Hier haben wir ein Micellenwasser. In der Duftnote Jasmin. Wer hätte das gedacht? Und der Preis? Keine 29,90 Euro, sondern nur 19,90 Euro. 200 Milliliter. Entfernt Make-up, Schmutz und Verunreinigung. Öffnet die Poren. Macht die Haut weich und frisch. Löst Make-up und entfernt Unreinheiten auf Knopfdruck. Deine Haut fühlt sich weich, erfrischt, hydralisiert und rein an. Diese Formel wurde speziell für empfindliche Haut entwickelt und besteht zu 97% aus natürlichen Quellen. Sie ist besonders sanft für die Anwendung um die Augen. Und arbeitet hart daran, alle Spuren von Make-up und Schmutz zu entfernen, ohne deine Haut zu beschädigen. Mit Blüten- und Matcha-Extrakten verstärkt, befeuchtet, beruhigt und bereitet die Formel deiner Haut optimal auf die nächsten Schritte deiner Routine vor. Boah, Parfüm ziemlich weit oben. Niaciamide ist im Großen und Ganzen okay. Also ich habe jetzt mein Gesicht noch nicht gereinigt, gar nichts gemacht. Das wird jetzt also die Reinigung. Produkt ist durchsichtig. Das schäumt ein bisschen, das riecht ziemlich stark. Also ich werde das gleich auf jeden Fall noch mit Wasser abwaschen. Ich hasse das, wenn solche Produkte auf der Haut bleiben. Ja, um die Augen. Fängt es jetzt gerade ein bisschen an zu brennen. Ich muss es mal kurz abwaschen. Ich glaube, ich würde mich nicht an Augen-Make-up wagen hier bei dem Produkt. Von daher, hier fühlt sich das jetzt schon sehr ausgetrocknet an. Ich glaube, das wäre eher nichts für mich. Ich bleibe dann lieber bei ölhaltigen Augen-Make-up-Entfernern. Da geht das Ganze dann ruckzuck ab. Gerade wenn ich dann so wasserfeste Mascara oder so verwende. Ist es für mich jetzt ein bisschen unnötig. Und gerade für 20 Euro braucht man nicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie gesagt, lasst Feedback da. Daumen hoch, Kommentar nicht vergessen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst. Ciao.